Im heutigen Interview spreche ich mit Lisa. Sie ist Fachinformatikerin, 30 Jahre alt und auch Finanzbloggerin. Trotz ihrem jungen Alter investiert sie seit über 11 Jahren an der Börse und fährt dort eine Dividendenstrategie. Sie hat sich schon ein beachtliches Depot aufgebaut und kassiert jeden Monat mehrere hundert Euro an Dividendenzahlungen. Wie sie das gemacht hat und was ihre Anlagestrategie ist, darüber habe ich mit Lisa in diesem Interview gesprochen. Viel Spaß dabei! Hi Lisa, ich freue mich, dass du heute zu Gast auf unserem Kanal bist. Hi Thomas, danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Heute sprechen wir ein bisschen über Aktien, aber vor allem auf den Schwerpunkt Dividende möchte ich mit dir eingehen, weil das ja auch vor allem einer deiner Schwerpunkte ist. Und ja, aber bevor wir loslegen, vielleicht sagst du uns nochmal in ein paar Worten, wer du so bist und was so dein Bezug zum Thema Aktien und Aktienwelt ist. Ja, gerne. Ja, mein Name ist Lisa. Ich bin 30 Jahre alt und habe vor zwei Jahren meinen Finanzblog oder Instagram-Channel Aktiengramm gestartet. Und ja, da berichte ich so über meinen persönlichen Weg an der Börse und ich bin selbst jetzt schon seit elf Jahren dabei sozusagen. Also das kam damals durch meine Ausbildung. War auch ein glücklicher Zufall. Also war nicht geplant, dass ich da jetzt in einem börsennotierten Unternehmen die Ausbildung mache und da bin ich heute froh drüber auf jeden Fall, weil das war mein erster Berührungspunkt mit dem Thema. Und du hast dann Mitarbeiteraktien bekommen und damit den ersten. Welche Firma war das? Die Schloss Wachenheim AG. Okay, kann ich nicht. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie SAP oder Volkswagen oder so. Okay, cool. Das heißt, mit 19 hattest du deine erste Berührungspunkte mit Aktien. Okay, krass. Ziemlich früh. Also selten. Und wie bist du dann dazu gekommen, Aktiengramm zu machen? Ja, das war im Prinzip dadurch, dass ich so privat auch schon länger verschiedene Accounts verfolgt habe und mir dann irgendwann einfach dachte, ja irgendwie könnte ich da mitmachen oder könnte ich da auch Inhalte zu produzieren. Und mir macht das auch Spaß, so Grafiken zu erstellen und so ein bisschen kreativ zu arbeiten. Also beruflich bin ich Fachinformatikerin und habe aber auch das Interesse so an dem Bereich Mediengestaltung. Hatte auch ursprünglich gedacht, ich arbeite später mal in dem Bereich. Das hat sich ein bisschen geändert. Und ja, das ist dann so diese Verknüpfung vom Thema Börse mit diesen Inhalten, die ich dann erstelle oder auch Erklärungen schreibe. Und das hat sich dann so entwickelt. Also es war jetzt nicht irgendwie vorher geplant oder sowas. Und gab es damals schon, also gut, vor elf Jahren gab es noch keinen Finanzfluss, aber als du, ab wann hast du so angefangen, dich im Social Media über das Thema zu informieren? Das wird so 2018, 2019 gewesen sein, denke ich. Also ich habe das wirklich lange für mich alleine komplett gemacht. Also dementsprechend viele, viele Fehler habe ich auch gemacht, die ich glaube, ich hätte vermeiden können, wenn ich schon vorher irgendwie diesen Austausch gehabt hätte. Und ja, das ist so um 2018, 2019 rum bin ich da oder habe ich da angefangen, auch Kanäle zu verfolgen, ja. Cool. Was sind das so für Fehler? Das würde mich mal direkt interessieren. Ja, der Klassiker, der Home Buyers auf jeden Fall. Ja, alles in den DAX. Ja, sozusagen. Also früher bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich auch zum Beispiel amerikanische Aktien hätte kaufen können oder auch eben ETFs überhaupt. Also ich habe da auch relativ schnell schon so monatliche Sparpläne gemacht, aber eben auf Fondprodukte und hatte da auch schon so den Ansatz weltweit, ist bestimmt ganz gut. Aber das war dann eben ein relativ teurer Fond trotzdem, sodass die Rendite dann natürlich durch die Kosten ziemlich aufgefressen wurde. Ja, das sind so die Themen. Oder eben auch, man hatte zu der Zeit noch keine Neobroker und dann hier mal für 100 Euro Aktien gekauft und 10 Euro Gebühren gezahlt. Und das dann so drei, vier Mal im Jahr. Also klar, mit dem Ausbildungsgehalt war jetzt auch nicht so viel drin an Kapital, aber ja, das sind dann so diese klassischen Anfängerfehler. Das ist schon cool, dass sich das so geändert hat. Früher gab es ja so die Faustformel, so keine Aktien kaufen unter 1000 Euro Vermögen, also ohne 1000 Euro Handelsvolumen, weil sonst halt einfach die Kosten zu hoch sind. Und mittlerweile kannst du ja echt einen 10 Euro Sparplan auflegen und kostenmäßig ist es so. Egal. Schon verrückt. Was hast du sonst auch für Fehler gemacht? Gibt es da noch markante? Ja, also als so die Zeit von Trade Republic und den Neobrokern gestartet hat, da muss ich sagen, habe ich mich auch teilweise ein wenig zum kurzfristigeren Handeln verleiten lassen. Also das aus heutiger Sicht war das auch nicht unbedingt die beste Idee, weil ich einfach da auch gemerkt habe, dass mich das stresst und ich da auch jetzt nicht unbedingt die Lust habe, den ganzen Tag die aktuellen Kurse zu verfolgen. Und ja, das war auf jeden Fall auch so eine Erfahrung aus der kürzeren Vergangenheit, die ich da gemacht habe, dass ich einfach kein Trader bin und auch jetzt das kurzfristige Spekulieren nicht mein Fall ist, sondern eben wirklich so dieses Langfristige. Und ja, das wäre auf jeden Fall auch noch ein Punkt, den ich da anspreche. Verkaufst du regelmäßig Aktien oder bist du wirklich da richtig Hardliner, Buy and Hold? Ich, ja, also außer wenn sich im Geschäftsmodell oder beim Unternehmen was fundamental ändert, also dass es gar nicht mehr zu dem passt, was ich mir überlegt habe, warum ich die Aktie gekauft habe, dann schon. Aber generell sage ich eigentlich, ich will die Aktien möglichst für immer kaufen, also wirklich ganz langfristig auch, ja, vielleicht auch später, um, wenn ich mal Kinder habe, um das Depot auch vererben zu können oder Taschengeld aus Dividenden später den Kindern zahlen zu können. Das sind so Gedanken, die ich habe. Also ich mache das wirklich maximal langfristig und das ist auch mein Ansatz auf jeden Fall. Okay, cool. Und wie, jetzt sind wir fast schon im Thema drin, wie ist so deine Aufteilung zwischen Aktien und ETFs? Weil du meintest ja eben, dass du auch teilweise in Fonds investierst. Das ist so ungefähr 80 Prozent Einzelaktien und 20 Prozent ETFs mittlerweile. Also ich habe jetzt alle klassischen oder aktiv gemanagten Fonds mittlerweile verkauft, aber die letzten auch, glaube ich, erst 2017, 2018. Also die hatte ich auch noch lange einfach so liegen und dachte mir, okay, ich kümmere mich da mal drum, wenn ich nochmal das Depot so ein bisschen durchstrukturieren will. Und ja, das ist so die aktuelle Aufteilung und ich fühle mich damit auch wohl, muss ich sagen, ja, weil mir das Thema Einzelaktien und eben auch speziell so die Dividendenwerte einfach am meisten zusagt, muss ich sagen. Wie hast du dich damals informiert? Also wie bist du denn zu den aktiv gemanagten Fonds gekommen? Das waren tatsächlich bei meinem damaligen Hauptbroker, also das war bei der Comdirect, hatte ich mein erstes Depot, habe ich auch bis heute noch und da war es dann, was waren diese klassischen Angebote? Also diese Toppreisfonds oder wie die hießen, ich glaube, die konnte man dann auch kostenfrei besparen und ja, diese Sparplanfunktion, das habe ich auf jeden Fall bis heute beibehalten. Das mache ich immer noch so, nur eben mit anderen Produkten beziehungsweise auch mit Einzelaktien und das war, glaube ich, wirklich einfach so ein Bankangebot, wo dann ein bisschen was erklärt war zu dem Produkt und warum das Sinn macht, weltweit zu investieren oder gestreut zu investieren und das war dann mein Ansatz, warum ich da eingestiegen bin. Das sind immer die Angebote ohne Ausgabeaufschlag, diese Fonds zu kaufen und dann denkst du dir, ja, ich spare 5% Yes. Ich glaube, damals wusste ich noch gar nicht, was das ist überhaupt. Also Ausgabeaufschlag habe ich, glaube ich, auch erst irgendwann später dann verstanden, dass da schon im Vorhinein quasi die Rendite genommen wird. Ja, krass. Meinst du, dass das Bisschen mittlerweile mehr verbreitet ist? Also ich treffe eigentlich noch selten Leute, die sowas nicht wissen. Also Leute, die gar keine Ahnung von Finanzen haben, kommen eigentlich direkt in das Thema ETF rein oder Einzelaktien. Ja, habe ich auch den Eindruck, wobei ich auch jetzt durch meinen Kanal ab und an das so erlebe, dass wirklich mir jemand schreibt, der vom Bankberater tatsächlich so Produkte empfohlen bekommen hat. Und ja, ich bekomme teilweise auch wirklich dann Screenshots von Depots, wo dann ganz seltsame Aufteilungen drin sind mit beispielsweise Doppelungen, also mehrere Weltfonds und keine ETFs, also aktive Fonds. Und das sind, glaube ich, schon noch Fälle, wo dann wirklich ein Berater so aktive Produkte den Leuten verkauft. Empfiehlt. Oder verkauft, kann man auch sagen. Ja, stimmt. Du schaust auch immer ganz gern bei uns in den Streams vorbei. Zumindest sehe ich dich immer im Chat auf unserem Zweitkanal. Da schauen wir uns auch immer gern Portfolios an und solche Doppelungen hast du. Also, was ich oft sehe, ist, dass du entweder solche Bankportfolios hast, wie was du gerade beschrieben hast, dass dann halt alles rot ist. Dann weißt du, der Kunde ist bei der Sparkasse, wenn du alles bei der DIC hast oder alles blau bei der Volksbank. Und dann sind dann wirklich nur diese Fonds drin und ein paar ETFs und die Leute sind so in der Transitionsperiode. Oder du hast halt wirklich nur diese reinen Neobroker-Fonds-Depots, wo dann wirklich nur ETFs drin sind. Das ist immer ziemlich interessant zu sehen. Ja, komm, direkt war ich auch früher. Okay, cool. Dann kommen wir mal zum Thema, beziehungsweise was mich noch interessieren würde, ist, wie suchst du denn deine Aktien aus? Also, du hast ja gesagt, 80 Prozent, also ein großer, überwiegender Teil, investierst du in Einzelaktien. Wie findest du die? Ja, es ist ganz gemischt tatsächlich. Also, ich versuche schon so im Vorhinein mir wirklich das Geschäftsmodell oder mich mit dem Geschäftsmodell vertraut zu machen, zu verstehen, wie die Firma Geld verdient und auch, ob ich mir zutraue, mich da einzuarbeiten in das Thema. Also, es gibt auch durchaus Bereiche, wo ich da einfach jetzt nicht unbedingt von mir sage, zum Beispiel Wasserstoff, wo ich jetzt nicht sagen kann, das sind gute Firmen oder ich kann das beurteilen. Und dann kommt es auf die Art des Unternehmens an. Also, bei den Dividendentiteln oder dem Fokus auf Dividendenaktien, da schaue ich dann wirklich nach diesen Dividendenkennzahlen, also die Rendite, das Dividendenwachstum und nutze da auch tatsächlich Screening-Tools. Also, da gibt es diverse Angebote, wo man dann wirklich auch nach dieser Strategie, nach Punkten, das sich raussuchen kann. Und dann kann ich da meine Kriterien quasi genau einstellen und bekomme dann die Auswahl der Aktien angezeigt. Aber was ich auch noch gut finde, um überhaupt so diesen Einstieg vielleicht zu bekommen, ist so dieses Aktien im Alltag. Also, dass man wirklich mal schaut, welche Aktien umgeben einen tagtäglich, ob das jetzt das iPhone von Apple ist oder der Tesla auf der Straße oder eben. Also, es gibt so viele Unternehmen, die einem ständig begegnen. Das heißt natürlich nicht, dass man da investieren sollte, aber man kann vielleicht dadurch so den ersten Bezug so ein bisschen herstellen. Hm, verstehe. Du hast gesagt, du guckst, wie die Unternehmen Geld verdienen. Das heißt, du fokussierst dich schon auf Profitabilität. Also, du würdest jetzt nicht in so einen ultimativen Wachstumstitel investieren, der gerade ein IPO hinter sich hatte, à la Badges-Backs, sind denn alle online gegangen, der Lilium zum Beispiel. Ja, davon halte ich mich eher fern, wobei ich da auch schon bei Neuemissionen mitgemacht habe, einfach um das ja auch dokumentieren zu können tatsächlich. Also, weil ich dann auch wirklich so Anleitungen darüber schreibe, wie würde man das machen. Und da mache ich das dann schon auch mal testweise. Also, letztes Beispiel war jetzt Mr. Specs, die Aktie. Die ist auch überhaupt nicht gut gelaufen, muss man sagen. Aber das sind dann schon Themen, wo ich dann mich auch durch den Kanal und durch den Blog so mit beschäftige. Aber jetzt für mein privates Depot, sage ich mal, da halte ich mich eher fern von sowas, ja. Und liest du dann auch Primärdokumente? Also, gehst du dann wirklich in die Veröffentlichung der einzelnen AGs rein? Also, Investorspress, Geschäftsberichte? Ja, also, ich verfolge das nicht alles immer regelmäßig, aber auf jeden Fall, bevor ich das Unternehmen erstmalig kaufe, also, ob es jetzt Sparplan oder Einzelinvestment ist, davor versuche ich möglichst viele Infos zusammenzufinden oder zu suchen. Und gute Erfahrungen habe ich da auch echt mit YouTube gemacht. Also, zu vielen Unternehmen, also gerade wenn es jetzt um kleinere, zum Beispiel auch deutsche Unternehmen geht, da findet man teilweise Interviews mit dem CEO. Das ist dann schon sehr, ja, oder da kann man sich ein gutes Bild machen auf jeden Fall. Also, ich denke auch, dass auch das Management hinter der Firma eine wichtige Rolle spielt bei dem ganzen Thema. Und ja, das sind vielfältige Quellen, die ich mir dann da anschaue. Also, das auf jeden Fall, das ist aber auch eine Sache, die ich über die Zeit gelernt habe. Also, wirklich nicht spontan irgendwas kaufen, sondern auch ruhig mal das ein bisschen beobachten und vielleicht auch zwei, drei Wochen die Aktien mal auf die Liste legen und dann irgendwann später erst sich das nochmal anschauen, nochmal überlegen, bin ich davon überzeugt, will ich mein Geld da rein investieren und dann wirklich das Investment auch machen. Gibt es so Sektoren und Kennzahlen, wo du dich besonders darauf fokussierst, also gewisse Bereiche? Ich habe relativ viele, ja, langweilige Aktien, also so dieser Basiskonsumgüterbereich, genau. Das ist schon, also das sind dann auch wirklich so langfristig die Aktien, die jetzt auch in meinen, ja, erst zehn oder elf Jahren schon Spaß machen können. Also, das sind wirklich zum Beispiel die Procter & Gamble Aktie, so, das ist jetzt kein spannender, gehypter Wert und die sind, oder da habe ich mich dann 2018 das erste Mal mit beschäftigt und dann auch investiert in die Aktie und da, das sind dann so Werte, die ist dann im Kurs um, ich glaube, fast 100 Prozent gestiegen und die Dividende steigt auch stetig an und das, ja, das sind so diese Traumwerte, die man sich dann sucht oder die ich versuche zu finden und da, ja, also meiner Erfahrung nach sind das oft wirklich so diese klassischen, eher weniger vom Hype getriebenen Werte. Und was sind da so Kennzahlen, die du dir anschaust beim Screening? Ja, also die Dividendenrendite, die sollte natürlich auch nicht zu hoch sein, also das ist auch ein klassischer Vergangenheitsfehler, dass man wirklich schaut, okay, zehn Prozent Dividendenrendite, da sollte man eigentlich schon, ja, aufpassen oder da sollte man schon genauer hinschauen, weil das oft dann auch ist, dass der Kurs einfach enorm gefallen ist und dadurch die Rendite so hoch erscheint. Dann, ja, auch die Stabilität und die Kontinuität, also wird die Dividende verlässlich in Anführungszeichen über mehrere Jahre kontinuierlich gezahlt, da gibt es ja auch, ja, die Dividendenaristokraten oder, ja, solche Dinge, auf die man da schauen kann und das Dividendenwachstum, also möglichst jährliche Steigerung der Dividende, das ist auch was, worauf ich dann achte und, ja, auch woraus wird sie gezahlt, also kann das Unternehmen sich die Dividende leisten, das ist auf jeden Fall auch super wichtig und das sind dann, ja, also auch dann die Ausschüttungsquote und dann ist es im Prinzip die Abhängigkeit davon, ob ich dann sage, okay, das Geschäftsmodell verstehe ich oder ich habe folgende Zukunftsgedanken dafür und das ist, also ich schreibe mir das dann auch auf, wirklich für jede Aktie, sodass ich dann später nochmal nachvollziehen kann, also bei so vielen Werten ist es natürlich nicht so, dass ich jetzt auf Anhieb zu jeder alles auswendig mir merken kann und, ja, das ist dann so die Vorgehensweise. Das ist auf jeden Fall ziemlich sinnvoll, um zu verhindern, dass man sich selbst anlügt, das ist ja schon, dass man sich im Nachhinein irgendeine Story reininterpretiert, mit dem Kursverlauf, wie auch immer, also dass man zum Beispiel gesagt hat, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Unternehmen sich verdoppelt und dann verdreifacht sich und auf einmal sagt man, ja, ich denke, da ist nochmal eine Verdopplung drin oder so und das dann halt nicht fundamental nicht mehr begründen kann. Okay, interessant. Klingt nach ziemlich viel Arbeit. Wie viel Arbeit checkst du denn in so einem Screening oder, sagen wir mal, insgesamt im Monat in deinem Depot? Oh, das ist schon einiges. Also dadurch, dass ich das auch, ja, auch abbilde und pflege, zum Beispiel auch mit Parkett, das nutze ich auch, um meine gesamten Portfolios mittlerweile dann zu analysieren und auch zu sehen, wie ist die Allokation der einzelnen Werte, also dass ich da jetzt auch wirklich keine großen Klumpenrisiken im Depot habe und die Dividenden müssen ja auch eingetragen werden, die man dann so erhält. Also das sind schon bestimmt, schwierig zu sagen, so im Schnitt in der Woche auf jeden Fall mal so drei bis vier Stunden pro Woche, würde ich schon sagen. Und dann, ja, dann kommt es auch darauf an, was jetzt sonst so los ist oder wie viel ich dann investiert habe. Also da die Pflege zum Beispiel von den monatlichen Aktiensparplänen, das ist schnell gemacht, aber es sind halt schon pro Depot dann so zehn Minuten ungefähr, die man da ungefähr einrechnen kann. Wie viele Aktiensparpläne hast du? Ich habe aktuell, ich glaube, 20 Einzelaktiensparpläne, also wirklich mit kleinen Beträgen, aber einfach stetig und auch noch fünf ETFs. Und wie viele Aktien hast du insgesamt? Insgesamt habe ich 80. Also das ist aber auch eine Mischung, also ich bespare die nicht alle aktiv. Teilweise sind das dann auch so Einzelkäufe wie zum Beispiel die Procter & Gamble vor einigen Jahren und die habe ich dann auch nur einmal gekauft und die bleibt dann auch liegen. Weil es leider auch dieses, das kennst du sicher auch, dieses DRIP, Dividend Reinvestment Plan aus Amerika, kennst du das System? Nee. Das würde ich mir nämlich wünschen, dass es das in Deutschland auch gibt, dass du... Ach so, automatische Wiederanlage von Ausschüttungen. Ja, sowas gibt es bei manchen Brokern. Ich glaube, Flatex hat das, aber noch nicht viele, ja. Smart Broker auch, ich weiß es aber nicht genau, ja. Okay, weil das wäre so der beste Fall oder für meinen Fall der beste Fall, dass man wirklich die ausgeschütteten Dividenden auch wieder in das gleiche Unternehmen investieren könnte. Weil, ja klar, die Steuer geht ab auf jeden Fall vorher. Das ist auch so einer der meistgenannten Nachteile beim Thema Dividenden, definitiv. Aber es gibt nun mal auch Beispiele, dass durch dieses stetige Reinvestieren von der Dividende dann dieser Zinseszins nochmal mehr arbeiten kann. Hm, aber dann stellt sich ja quasi so die Kernfrage zur Sinnhaftigkeit der Dividendenrendite, weil wenn, äh, der Dividendenrendite, Anlagestrategie, weil wenn du sagst, du würdest ja wieder reinvestieren, könntest du ja eigentlich auch einfach auf Wachstumsaktien setzen, oder? Weil da ist es ja quasi automatisch reinvestiert, sozusagen. Ja, allerdings habe ich da gerade in Phasen wie jetzt aktuell einfach dann nur den Kursverlust, aber keine Dividende. Also das ist wirklich auch so dieses Psychologische. Also für meinen Fall, dessen bin ich mir auch tatsächlich bewusst. Also ich sage auch, ähm, wenn ich damals nicht relativ schnell die erste Dividende erhalten hätte, dann hätte ich mich niemals so sehr mit dem Thema befasst. Also das ist für meinen Fall auf jeden Fall so, ähm, dass ich ohne die Dividenden nicht diese Motivation hätte. Also auch wirklich stetig weiter investieren. Ähm, klar, ich könnte auch alles nur in einen thesaurierenden ETF investieren, aber dann hätte ich nicht die Freude an dem Thema oder nicht den Spaß an den Einzelaktien, könnte keine Hauptversammlung besuchen und hätte auch nicht dieses Potenzial auf diese Steigerung. Hm, naja, mega cool. Wir haben ja schon einige Videos zum Thema gemacht, Dividendenstrategie. Und, äh, ich habe da auch mit Johannes, unserem Podcast-Cutter, der viel, äh, auch Dividendenstrategie investiert, ähm, hatten wir auch schon, äh, Diskussionen zu dem Thema. Aber klar, ist das, ich meine, rein, also, rein mathematisch sollte das eigentlich keinen Unterschied, oder wie es ja auch in der Finanztheorie mehrfach bewiesen ist, macht das ja keinen Unterschied, ne, ob du eine Dividende ausschüttest oder nicht. Du hast ja, äh, im Endeffekt kommt es ja auch selber raus, ähm, ob du reinvestierst oder ausschüttest als Unternehmen. Der einzige Unterschied ist halt, was du ja schon angesprochen hast, ne, dieser Tax, äh, also, dass du, dass du vorzeitig, äh, Steuern bezahlst, ist natürlich soweit egal, wenn du mit 800, äh, mit deinen 801 Euro Freistellungsauftrag, aber der ist ja irgendwann ausgeschöpft, weil, äh, ich habe das auch irgendwo auf deinem Account gelesen, ich glaube, diesen Monat gab es bei dir richtig, äh, Dividende. Wie viel, da, das geht schon ein bisschen über die, äh, den Freistellungsauftrag hinaus. Ja, ja, das. Wie viel Dividende hast du verdient? Äh, das waren schon fast 3.000 tatsächlich, also brutto 3.000, ähm, ist aber netto natürlich auch noch ordentlich, das ist aber auch nicht jeden Monat so, also, im Durchschnitt bin ich so bei 3.000 bis 400 Euro monatlich brutto, ähm, und das, ähm, ja, das motiviert mich aber tatsächlich auch einfach enorm, das weiter zu steigern, also steuern hin oder her, ähm, das ist für mich einfach ein großer Ansporn, ja. Ja, mega gut. 3.000 bis 400 sagtest du, ja? Ja. Und dann in einem Monat, äh, verzehnfacht, okay, das ist aber sehr wahrscheinlich durch diese Quartalsrhythmus, ne? Also das, ähm, ja, das ist dann auch, weil ich dann schon prozentual viele deutsche Titel habe und die dann einfach, die machen ja die jährliche Ausschüttung und da ist dann einfach die Gesamtsumme auf einmal in einem Monat schon größer, ähm, aber es gibt auch Monate, da sind das dann 150 Euro und dann gleicht sich das wieder aus, ja. Ja, cool, ja. Äh, das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich motivierend ist, wenn dann, äh, wenn dann jeden Monat der Scheck reinkommt. Äh, es gibt ja, äh, es gibt ja auch verschiedenste Accounts, die sagen so, jetzt kann ich mir mein Fitnessstudio bezahlen, jetzt kann ich mir mein X bezahlen, Y bezahlen und so weiter. Das ist natürlich schon ein ganz gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, recurring kommt da sowas rein. Ähm, wie, ähm, was braucht man da für eine Depotgröße? Also wir hatten da ja eingangs schon mal drüber gesprochen, ähm, um, ähm, also von der Größenordnung her, um, ähm, um diese Dividendenausschüttung zu haben, weil das geht ja nicht mit einem 100-Euro-Sparplan. Ja, das stimmt. Also es ist schon, ähm, größer als sechsstellig, ähm, also nicht, nicht die sechsstellig. Im sechsstelligen Bereich? Im sechsstelligen Bereich, genau. Ja, genau. Und das ist, denke ich, auch eine, ja, eine realistische Erwartung, die man da haben kann. Also man kann sich das ja im Prinzip auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen ausschüttenden Welt-ETF nimmt mit zwei bis drei Prozent Dividendenrendite oder Ausschüttungsrendite, dann kann man sich ja grob ausrechnen, was man da bekommen würde, wenn man 100.000 Euro investieren würde. Und durch dieses, ähm, ja, Stockpicking oder dieses, ähm, Präferieren auf Dividendentitel sind dann da auch, ähm, ja, in meinem Fall dann größere Steigerungen drin oder größere Dividendenrenditen auf mein eingesetztes Kapital. Wo liegst du so? Also vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz, um das zu erklären. Also eine Dividendenrendite, wenn du dir eine Aktie anschaust, ist ja immer meistens, also es gibt ja verschiedene Berechnungsmethode, aber meistens bezogen auf den aktuellen Kurs. Das heißt, du nimmst dir die Auszahlung, was das Unternehmen letztes Jahr ausgeschüttet hat und vergleicht es dann mit dem Endjahreskurs oder vergleicht es mit dem heutigen Kurs. Aber deine persönliche Dividendenrendite wäre ja das, was du heute an Dividenden bekommst, geteilt durch den Einstiegskurs damals. Und dadurch kann dir ja deutlich höher liegen. Berechnest du das? Äh, ja, das berechne ich automatisch mit Parkett auch, also mit dem Portfolio-Analyse-Tool sozusagen. Und da sind das so, ich glaube, um die 9,6 Prozent aktuell am Brutto auch. Also geht natürlich nochmal steuerlich was ab. Logisch, ja. Aber ja, das finde ich schon sehr gut, muss ich sagen. Also das macht dann auch Spaß. Ja, cool. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie, also wie hast du ein sechsstelliges Depot hinbekommen? In so kurz, also in relativ kurzer Zeit, würde ich jetzt mal sagen, wenn du ja nur elf Jahre an der Börse bist und angefangen hast, so in der Ausbildung warst du damals, ne, vor elf Jahren. Ja, ja, genau. Ja, also im Prinzip einfach durch stetiges und kontinuierliches Investieren. Also ich habe da auch wirklich schon mit dem ersten Ausbildungsgehalt schon diesen Sparplan gemacht damals. Also wirklich auch 25 Euro und das aber auch stetig angepasst. Also sobald sich das Gehalt gesteigert hat, habe ich auch meine Sparrate erhöht. Sehr konsequent. Ja, also definitiv da, ich habe da auch, ja, ich bin generell eher ein sparsamer Mensch so insgesamt, würde ich sagen. Also ich habe jetzt wenig teure Hobbys oder sowas, außer vielleicht Fotografieren. Da kann man für so eine Kamera oder ein Objektiv schon mal viel Geld ausgeben. Aber ja, das war dann im Prinzip jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mir da sehr viel entgehen lassen oder habe mich da irgendwie maßregeln müssen, sondern das ist so über die Zeit dann einfach gewachsen, dass ich die Sparrate auch stetig erhöht habe. Und die ist, also ich glaube aktuell sind es so zwischen 20 und 30 Prozent im Monat, weil ich auch noch nebenbei ein Studium mache und da auch noch Gebühren für zahlen muss. Wenn das fertig ist oder abgeschlossen ist, dann kann ich die auch noch mal ein bisschen erhöhen. Ja, krass. Du würdest dich aber nicht als Frugalistin bezeichnen? Nee, das nicht. Wo lag eine Sparquote ungefähr so? Ja, vorher waren es schon dann eher 35 bis 40 Prozent so. Das ist aber auch, also lag dann auch an einer relativ günstigen Wohnung. Das hatte sich zu der Zeit so ergeben. Also das war jetzt nicht unbedingt absichtlich so gesucht, aber ja und auch nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen, sodass ich da auch wenig Ausgaben einfach hatte und zur Arbeit zu Fuß gehen konnte. Das sind dann viele Punkte, die da gut zusammengespielt haben, dass ich jetzt nicht so hohe Fixkosten hatte, als wenn ich jetzt im Vergleich vielleicht auch Auto gebraucht hätte oder eben regelmäßig Spritkosten und so weiter hätte. Also das war dann einfach so. Das ist ja schon eine super gute Sparquote, aber ist jetzt auch nicht so absurd, weil was man halt so manchmal hört von, gerade im Frugalistenbereich, wenn es halt heißt, ja ich will mit 40 in Rente gehen oder so, dass man dann irgendwie so 60 Prozent Sparquote oder noch was krasses, wo man dann denkt, okay, irgendwie geht dann im Leben ja schon irgendwie an einem was vorbei. Also wenn man halt zum Beispiel gar nicht ins Restaurant gehen kann oder solche Sachen. Aber ja, auf jeden Fall super motivierend zu hören, also dass du, weil ich meine, ich sehe das ja bei uns im Stream auch, da kriegen wir ja auch manchmal so ein bisschen den Vorwurf, dass wir nur sehr große Depots zeigen, aber tatsächlich kriegen wir auch überproportional viele, tatsächlich sehr hohe Depots geschickt. Okay, sechsstellig ist es jetzt nicht immer, aber dann heißt es auch immer, okay, wie schafft man das, so ein großes Depot zu machen? Und ja, scheinbar, also finde ich gut, also dass du über elf Jahre hinweg das so durchgezogen hast. Und ich meine, der Hebel in der ganzen Geschichte ist, glaube ich, die Gehaltserhöhung. Also die Gehaltserhöhung, davon einen Großteil auf die Seite zu legen. Ja, alleine der Sprung vom Azubi-Gehalt zum richtigen Gehalt dann später, das ist schon enorm. Also vielleicht auch so, kann man auch als Tipp sagen oder wird, glaube ich, auch oft gesagt, dass man wirklich erstmal seine Fixkosten dann nicht anpassen sollte oder schauen, dass man möglichst lange noch diesen alten Standard bewahren kann, wenn das jetzt möglich ist natürlich, vielleicht auch, weil man noch in einer WG lebt oder sowas. Und dann hat man auf einmal viel mehr Geld. Und wenn man das dann schon investiert in den jungen Jahren, dann zahlt sich das schon sehr aus später. Hast du auch mal herbe Verluste hingelegt? Also wenn man auf Einzelaktien setzt, kann das ja immer passieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Also eine meiner ersten Einzelaktien, die ich dann auch, ich sage mal, freiwillig gekauft habe, also unabhängig von den Unternehmensaktien, das war zum Beispiel die Commerzbank-Aktie. Und die ist überhaupt nicht gut gelaufen. Also ich habe da auch die wirklich lange noch im Depot gehalten, weil ich immer dachte, okay, vielleicht wird das nochmal was. Aber ich hatte mich da auch nicht informiert so wirklich. Also mein Investment-Case damals war, ja, es ist eine Bank, ist günstig, ist abgestürzt. Und so dieser klassische Fall, ja, die ist so stark gefallen, die muss ja jetzt wieder steigen. Das war so meine Investment-These natürlich. Und ja, solche Sachen gab es definitiv auch. Oder auch eine Beteiligungsgesellschaft. Oder das beste Beispiel ist eigentlich die kanadische Ölfirma, die ich aufgrund der tollen Dividende gekauft habe, hatte mir aber nur die Dividendenrendite und die Kontinuität angeschaut, aber nicht wirklich geguckt, woraus wird die bezahlt. Und es war dann tatsächlich so, dass die aus der Unternehmenssubstanz bezahlt wurde. Also die lief dann auch wirklich noch zwei Jahre durchgehend. Aber stetig ist eben auch der Aktienkurs extrem gefallen dazu. Und am Ende hatte ich zwar schöne Dividenden erhalten, aber der Kurs war dann eben entsprechend um die Dividende oder sogar noch mehr gesunken, sodass ich dann trotzdem keinen Gewinn damit gemacht habe. Aber genauso gibt es auch viele Positivbeispiele. Und zum Glück auch mehr Positiver als Negative. Ja, das weiß ich nicht, in der Summe lohnt. Es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt Schluss ist erst bei Null. Das trifft auf die Commerzbank eigentlich ganz gut zu. Weil ich hatte auch, ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe oder nicht, aber damals zu Studienzeiten habe ich natürlich auch die Commerzbank gesehen, die ein Pennystock wurde, kurz bevor sie ihren Reverse-Split gemacht hat. Also sie sind ja unter, ich glaube, unter die Euro-Grenze, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder waren sie? Oder zumindest im einstelligen Euro-Bereich. Und da habe ich gesagt, boah, die ist jetzt so günstig. Und ich meine schon groß, also ich habe ja in Frankfurt studiert und dann siehst du ja auch das Riesengebäude dort und kennst ja zig Leute, die dort arbeiten und denkst dir, naja, irgendwann geht es da wieder hoch. Aber nein, Schluss ist erst bei Null. Das muss man sich immer wieder im Kopf behalten. Ja, so Pennystocks zocker. Gut, davon habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gehört. Mittlerweile ist es eher Krypto, oder? Bist du da auch investiert in Krypto? Ja, ich bin da bei Bitcoin, bin ich auch investiert. Also das ist auch so, ja, Sparplan tatsächlich mittlerweile. Ich hatte da auch damals in meiner Ausbildungszeit noch, ja, da habe ich selber mal Bitcoins gemeint mit meinem PC. Also ich hatte mir dann für die Ausbildung einen relativ leistungsstarken Rechner damals gekauft und ich wollte den dann selbst zusammenbauen. Und das war dann so das Highlight für mich mit guter Grafikkarte. Und zu der Zeit, ich glaube, es war 2014, da war das Thema dann auch gerade aktuell. Also dass man wirklich mit so einer kleinen Kommandozeilenanwendung das relativ einfach auch umsetzen konnte und dann da wirklich mit seinem PC eben die Bitcoins schürfen konnte. Ich habe die natürlich bei ungefähr 1.000 Dollar dann verkauft, weil ich dachte, das kann auf keinen Fall noch weiter steigen. Aber das war so meine erste Berührung. Und dann habe ich auch ganz lange nichts mehr von dem Thema hören wollen und mich jetzt so in den letzten Jahren dann auch wieder mehr damit beschäftigt. Ja, cool. Hast du dann den Meiner zu Hause laufen gehabt? Ja, genau. Die Abwägungen, das dann nicht mehr zu machen, waren auch die Stromkosten tatsächlich. Ah ja, okay. Hast du das dann nachgerechnet, dass dein Projekt nicht profitabel ist? Ja, es gab da auch schon Online-Rechner für. Also da konnte man dann seinen aktuellen Strompreis quasi eingeben. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Kurs der Bitcoin damals stand, aber es war halt einfach verhältnismäßig sehr, sehr wenig im Vergleich zu heute. Und die 300, glaube ich, damals. Kann gut sein, ja. Seit 2014 rum. Ja, und dann war das Projekt erstmal auf Eis gelegt und hätte man natürlich nicht ahnen können, wie das dann sich weiterentwickelt. Okay, krass. Aber das ist, also du investierst nur in Bitcoin oder auch andere Kultus? Ja, einen ganz kleinen Teil habe ich noch in Cardano tatsächlich. Und das ist aber auch alles. Also ich, sonst mache ich da nichts. Und das ist auch wirklich nur, also ich habe da noch nie was verkauft. Ich packe da nur ein bisschen Geld immer rein. Also auch wirklich kleine Sparpläne. Und ja. Du hodlst. Ja, genau. Wie viel Prozent vom Portfolio macht das ungefähr aus? Das sind unter einem Prozent. Ah, okay, krass. Okay, krass. Ja, da bist du weniger investiert als ich. Bei mir ist es ja im einstelligen Prozentbereich. Also unter 10, aber genau. Bei dir ist es ja im Nachkommastellenbereich dann. Okay, krass. Häufig, also gerade Leute, die so aus der Informatik kommen wie du, haben meistens eine deutlich stärkere Tendenz zu, erstens mal zu Tech-Aktien, was ja bei dir sowieso auch nicht der Fall ist, sondern du gehst ja eher als Substanzwert. Und zweitens in Krypto. Das heißt, du bist eigentlich eine atypische Informatikerin, kann das sein? Ja, könnte schon sein. Wobei ich, also zum Beispiel bei Microsoft oder auch bei Cisco, da bin ich schon auch investiert da. Das sind auch Werte, wo ich mir zutraue, die zu bewerten oder die Unternehmen zu verstehen auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt nicht bei diesen klassischen, ja, To-the-Moon-Aktien so dabei gewesen. Und da habe ich mich jetzt auch nicht so von mitreißen lassen. Okay. Hast du langfristige finanzielle Ziele? Also was sind so die Next Steps? Oder hast du vielleicht schon Ziele in der Vergangenheit gehabt, die du erfüllt hast? Also solche. Und was ist dann so der Weg für die Zukunft? Also einer der größten Meilenstelle war tatsächlich diesen Punkt von sechsstellig erreichen. Also das war für mich wirklich so unvorstellbar, auch eine unvorstellbar große Summe tatsächlich. Also hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass es dann doch so schnell geht. Also schnell in Anführungszeichen natürlich. Man sagt ja auch immer so, das ist super, wenn man das unter 30 schon schafft, diesen Meilenstein zu erreichen. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut auf jeden Fall. Und generelles Ziel, also natürlich stetig weiter investieren. Ich habe aber jetzt nicht so, dass ich sage, mit 40 will ich nicht mehr arbeiten, weil ich von meinen Dividenden lebe oder sowas. Also das ist jetzt nicht so mein Ansatz. Ich stelle mir aber das sehr schön vor, wenn es irgendwann so ist, dass man quasi diese Flexibilität oder diese Option hat, dass man vielleicht so viel passives Einkommen oder so viel Cashflow aus Dividenden man sich aufgebaut hat, dass man theoretisch weniger arbeiten kann oder vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten kann. Also das beste Beispiel wäre vielleicht Helmut, der ja wirklich enorme Dividenden erhält. Helmut Jonen, der auch schon bei uns auf dem Kanal war, Waikiki. Also wenn man seine Instagram-Stories so verfolgt, das hat auch ja so das oder zu größten Teilen das klassische Buy and Hold betrieben. Und da, ich glaube zum Beispiel, ich meine die BASF-Aktie 1900, weiß ich nicht genau wann, gekauft und bekommt da jetzt heute irgendwie 30.000 Euro Dividende. Und das sind halt schon, also das motiviert mich selbst, sowas zu sehen. Und ja, das insgesamt so der Vermögensaufbau, das ist so das größte Ziel. Und dann auch wirklich mit dem Hintergedanken, das später auch mal als Vorsorge oder weitergeben zu können. Das finde ich einen schönen Gedanken. Ja, cool. Und jetzt gibt es noch eine Dividendenart, die du besonders, die du ziemlich gerne hast, wo du einiges an Content dazu produziert hast. Das sind nämlich die sogenannten Sachdividenden. Was steckt dahinter? Haben wir auch schon mal ein Video dazu produziert, aber du hast ja sogar da rein investiert und die physisch in den Händen gehalten. Ja, das sind ja im Prinzip Dividenden, die wirklich in Sachform an den Aktionär dann ausgeschüttet werden. Also das bekannteste ist vielleicht wirklich dieser Lind-Schokoladenkoffer, wobei man sagen muss, die Lind-Aktie kostet ja auch um die 100.000 Euro oder auch aktuell fast gleich mit Schweizer Franken. Und das sind dann so Themen, wo ich einfach auch merke, in meiner Community zum Beispiel, dass das nochmal eine ganz andere Beziehung zum Thema Aktie bringen kann. Also dass man wirklich sieht, das sind echte Unternehmen, die machen echte Produkte. Und wenn ich mich den Vorgaben gemäß daran beteilige, dann bekomme ich dieses Produkt jährlich. Also zum Beispiel auch dieser Pyjama von Kalida, den man dann wirklich einmal im Jahr auch nach Deutschland bekommen kann. Das macht mir da wirklich auch Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Es gibt zum Beispiel auch viele Schweizer Bergbahnenaktien tatsächlich, die dann auch oder die dir Gutscheine dann schicken oder du gehst zur Hauptversammlung und bekommst dann einen Gutschein. Das sind dann auch so Spezialthemen, wo ich einfach sehr viel Spaß dran habe, mich damit zu beschäftigen. Ja, super interessant. Was ist deine Lieblings-Sachdividenden-Aktie? Das ist Kalida auf jeden Fall mit dem Pyjama. Wie viel hast du jetzt oder verschenkst du dir mittlerweile? Weil ich hätte mir gedacht, irgendwann hast du ja genug und dann kann man anfangen, die zu verschenken. Ja, ich habe jetzt erst zwei bekommen. Also ich habe die Aktie auch erst seit zwei Jahren. Die gibt jedes Jahr einen Pyjama. Und das dachte ich mir auch schon, weil man kann vorher dann auswählen. Also Damen, Herren oder auch Kinder. Und auch die Größe angeben. Also das könnte man durchaus auch als Geschenk mal in Erwägung ziehen. Das war schon der erste Teil meines Interviews mit Lisa. Im zweiten Teil habe ich ihr eure Fragen gestellt, die ihr uns per Instagram eingereicht habt. Unter anderem sagt sie, wie sie 10.000 Euro anlegen würde, was ihre Lieblings-Aktien sind und was sie von der finanziellen Freiheit hält. Wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.